Ganz normale Deutsche in der Nazi-Zeit. Im Osten findet der Holocaust statt. Streng verborgen vor den Volksgenossen? Oder als offenes Geheimnis? ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Davon haben wir nichts gewusst, war nach dem Krieg die Standardantwort auf die Frage nach dem Holocaust. Der böse Hitler und ein paar gewissenlose Täter hätten, so die damals gängige Erklärung, den Jahrhundertmord fast im Alleingang ausgeführt. Und ohne Wissen der Bevölkerung natürlich. Aber das war gelogen. Die moderne Forschung hat die Muster der Verdrängung längst entlarvt. Was aber wussten Deutsche wirklich? Wer, wann und wie viel? Und haben die, die etwas wussten, auch gebilligt, was geschah? Ein schwerer Fall für unsere Detektive der Geschichte. Ferienidyll in Hitlers Reich. Trügerische Bilder. Deutschland ist eine Diktatur. Was die Menschen damals wirklich denken und was sie wissen, kann nur über Umwege rekonstruiert werden. Es gibt weder Meinungsforscher noch Meinungsfreiheit. Und die menschliche Erinnerung ist voller Widersprüche. Dass Juden umgebracht werden, war uns allen klar. Also was wollt ihr? Die können doch nicht alle umbringen. Sollen sie 10.000 Leiter schießen? Sie sind so voll Ideale für diese Deutschen gewesen, für dieses deutsche Volk, für diese Soldaten, die so hingeschlachtet wurden. Und dann sollte so etwas geschehen sein, das habe ich nicht glauben können. Hätten die Leute sich geweiht, damit zu machen, wären sie erschossen worden. Aufnahmen vom 22. Juni 1941. Deutsche Truppen greifen die Sowjetunion an. Tausende Juden sind bis zu diesem Tag schon ermordet worden. In Deutschland und in den besetzten Ländern Europas. Doch mit diesem Feldzug im Osten beginnt der eigentliche Holocaust. Hinter der Front operieren sogenannte Einsatzgruppen, SS und Polizei. Bis Ende 1941 erschießen sie mehr als eine halbe Million Juden. Im Baltikum, in Weißrussland, in der Ukraine. Als Täter direkt beteiligt sind rund 3.000 Deutsche. Zeugen gibt es viel mehr. Ich erinnere mich nur an die Bemerkung der Vater meiner Freundin, der mir sagte, Raphael, ich war fünf Jahre Soldat, davon vier Jahre an der Ostfront. Und jeder Mann, der dir erzählen wird, er hätte nichts gewusst, lügt dich an. Zehntausende deutsche Soldaten helfen bei der Menschenjagd. Wer erzählt das Grauen weiter an die Kameraden? Wie viel Prozent der deutschen Soldaten wissen Bescheid über das Schicksal der Juden im Osten? Ich habe von dem Genozid und den Juden nichts gewusst. Wie viele Menschen damals. Erste Gerüchte gelangen schon im Herbst 1941 in die Heimat. Durch Fronturlauber. Der Judenhass der Naziführung ist allgemein bekannt. Im Jahr zuvor ist ein staatlich finanzierter Hetzfilm in den Kinos gelaufen. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Mörderische Rhetorik. Aber klingt das nicht schon seit Jahren so? Die sogenannte Judenpolitik ist ein Kernpunkt der NS-Ideologie. Was löst sie aus in der deutschen Bevölkerung? Zustimmung? Kopfschütteln? Achselzucken? Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen die Politik des Regimes gegenüber den Juden mit Desinteresse und Apathie verfolgt haben. Im Gegenteil, sie haben sehr bald gemerkt, dass der Krieg gegen die Juden, so hieß das im Sommer 1941, dass das das eigentliche Kriegsprogramm des Nationalsozialismus ist. Und dass diese Frage, die sogenannte Judenfrage, entscheidend ist für den weiteren Verlauf des Krieges. Und alle Fragen, Krieg und Frieden und so weiter, damit verbunden sind. Die Ausgrenzung kann jeder sehen. Am 1. September 1941 wird in Deutschland der Judenstern eingeführt. Zehn Wochen nach dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion. Juden, die den Stern nicht tragen, kommen ins KZ. Eskalation der Verfolgung. Begleitet von hasserfüllten Parolen der Wochenschau. Das Judenviertel von Jonawa wird gesäubert. Auch hier terrorisierte das jüdische Gesindel im Bunde mit den GPU-Agenten die litauische Bevölkerung in der furchtbarsten Weise. Jüdische Ghetto-Typen, Abschaum der Menschheit. Diese Horden, unter ihnen ungezählte Juden, sollten in Marsch gesetzt werden, um die deutschen Städte und Dörfer in Schutt und Asche zu legen. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet. Seit 1933 werden Juden in Deutschland. Schilder wie diese gibt es auch in Gemeinden ohne jüdische Bewohner. In der Bevölkerung trifft die Entrechtung auf ein geteiltes Echo. Es gibt viele Berichte aus dem Spätsommer und Herbst 1941, die zeigen, dass Menschen versuchten, mit kleinen Gästen doch ihre Solidarität mit Juden zum Ausdruck zu bringen. Und auch ihre Abscheu angesichts der Politik des Regimes. Das waren so Dinge wie Platz machen für einen gekennzeichneten Sternträger in der U-Bahn und ähnliche Dinge. Es liegen Meldungen vor, dass bei der Bevölkerung die Judenabzeichen Mitleidsäußerungen erregt haben. Dr. Goebbels hat angeordnet, dass sofort eine großzügige Aufklärung auf diesem Gebiet durchgeführt wird. Presse und Partei verschärfen ihre Hetze. Ich erkläre feierlich, sagte damals der Führer, dass damit die Judenfrage in ganz Europa grundsätzlich und einmalig gelöst wird. Und dass wir es wissen, wenn der Führer solch einen Satz spricht, dann heißt das Vernichtung des Judentums und das wollen wir und dazu bekennen wir uns. Wie kommen solche Worte an bei der Mehrheit der Deutschen? Ende August 1941 war die Aktion T4 abgebrochen worden. Der Mord an Zehntausenden Behinderten. Wegen der Proteste betroffener Familien und der Kirchen. Vor allem der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, hatte die sogenannte Euthanasie scharf angeprangert. Hitlers Reich reagiert empfindlich auf Ablehnung und Kritik innerhalb der Bevölkerung. Wenn man den Völkermord an den Juden mit der Euthanasie vergleicht, also der systematischen Ermordung von Behinderten, da gab es Protest, da gab es Protest der Kirche. Protest gegen den beginnenden Holocaust ist kaum überliefert. Liegt das nur an mangelndem Wissen? Oder ist der Antisemitismus eine Art gemeinsamer Nenner zwischen Regime und Volk? Ein deutscher Amateurfilm von der Ostfront mit entlarvendem Zwischentitel. Mitgefühl hat einen schweren Stand im Krieg. Ein Menschenleben zählt nicht viel, ob Freund oder Feind. Dazu das permanente Gift der Propaganda, das sich vor allem gegen Juden und Kommunisten richtet. Töten für die Volksgemeinschaft? Der mörderische Wahn ist ansteckend, ob an der Front oder in der Heimat. Wie verroht die Menschen damals sind, zeigt der Umgang mit den sowjetischen Kriegsgefangenen. Fast sechs Millionen fallen in deutsche Hände. Mehr als die Hälfte von ihnen stirbt. An Unterernährung, Seuchen oder Kälte. Nicht geheim irgendwo im Osten, sondern auch auf Reichsgebiet, vor den Augen der Bevölkerung. Der Kommunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad. Wir führen nicht Krieg, um den Feind zu konservieren. Wir reden ja über eine Gesellschaft im Krieg. Das heißt, die meisten Menschen waren nicht so sehr von Mitleidsgefühlen beeindruckt oder beeinflusst, sondern sie interessierten sich in erster Linie für ihr eigenes Schicksal und für das ihrer Verwandten. Und so haben sie etwa auch die sowjetischen Kriegsgefangenen und die Juden angesehen. Die Saat des Verbrechens ist älter als der NS-Staat. Der verlorene Erste Weltkrieg und die Gewalt in der Republik von Weimar ebnen den Weg. Doch erst 1933 wird Rassismus Staatsräson. Sie sollen sich bieten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das breche Lügenmaul gestoppt werden. Hätte man angesichts solcher Drohungen und der ersten Übergriffe auf deutsche Juden ahnen müssen, was bevorsteht? Das Problem ist, wenn man meinen Kampf liest, da steht natürlich nicht drin, dass Hitler einen Holocaust vorhatte, so wie er das später umgesetzt hat, 1941 folgende. Also man konnte nicht aus dem Buch meinen Kampf entnehmen, dass es einen Massenmord geben sollte. Was man entnehmen konnte, war, dass Hitler ein radikaler Antisemit war, dass er gegen Juden wohl vorgehen würde, dass er sie möglicherweise aus Deutschland herausdrängen würde. Das war klar. Und das findet auch Zustimmung. Ablehnung gegenüber jüdischen Mitbürgern als Zement der sogenannten Volksgemeinschaft. Wer ein Feindbild hat, hält besser zusammen. Und sei es nur beim Fasching, wie hier in Nürnberg, 1937. Ressentiments gegen Juden sind damals in vielen Ländern verbreitet. In Deutschland aber gibt es Hitlers Mein Kampf zur Hochzeit, auf Staatskosten. Eine Generation von Antisemiten? Die Forschungsgruppe Wahlen hat für uns gefragt, wie die Deutschen heute die Judenfeindschaft ihrer Vorfahren in der NS-Zeit einschätzen. Groß oder sehr groß, meine 59 Prozent der Befragten. Nicht so groß, 27. An keine Judenfeindschaft, glauben nur 4 Prozent. Zum Vergleich die Frage nach den aktuellen Einstellungen der Deutschen. Als sehr groß oder groß, bezeichnen nur 6 Prozent die Judenfeindschaft heute. 59 Prozent sagen, nicht so groß, die Judenfeindschaft. 29 Prozent glauben, es gebe heute keine Judenfeindschaft in Deutschland. Der 9. November 1938. Nazis zünden die deutschen Synagogen an. Ein großer Teil der Bevölkerung reagiert mit Ablehnung. Goebbels und die NS-Propaganda wünschten sich natürlich, dass der Volkszorn auf die Juden übergreifen würde, dass das deutsche Volk sich an diesem Pogrom beteiligen würde in der Mehrheit. Aber genau das passierte eben nicht. Die Mehrheit der Deutschen nahm das hin, hat sich aber aktiv daran nicht beteiligt. Ein Grundmuster auch für die Jahre des Holocaust? Unverhüllte Gewalt kommt nicht an bei den Volksgenossen. Gilt das auch für die Wortwahl des Diktators? Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolscher Regierung der Erde und damit der siebte Judentum sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Eine Rede, die oft zitiert werden wird als Beleg für Schuld und Verstrickung der Deutschen. Wenn Hitler schon vor dem Krieg öffentlich von der Vernichtung der Juden gesprochen hat, wie kann man da noch sagen, man habe vom Holocaust nichts gewusst? Der Begriff der Vernichtung wurde damals im Allgemeinen noch nicht mit Massenmord gleichgesetzt. Es war natürlich eine ungeheure Drohung, aber solche Drohungen entsprachen der politischen aggressiven Sprache dieser Zeit. Vernichtung, das kann für die Zeitgenossen auch Ausgrenzung bedeuten. Ausschaltung eines wirtschaftlichen und politischen Machtfaktors. Amateuraufnahmen eines deutschen Panzermajors aus Ostro-Lobelski im Osten Polens. Bilder aus einer verlorenen Welt. Wer im Ghetto versäumt, einen deutschen Soldaten zu grüßen, wird mit Prügel bestraft. 1942 werden fast alle Bewohner von Ostro-Lobelski deportiert und ermordet. Kann das der Hobbyfilmer in Uniform ahnen, als diese Bilder entstehen? Die Spitzel vom Sicherheitsdienst der SS wissen mehr. Sie halten in hunderten Berichten akribisch fest, wenn in der Bevölkerung vom Judenmord gesprochen wird. Wenn diese Morde sich nicht bitter rächen würden, dann gäbe es keine göttliche Gerechtigkeit mehr. Das deutsche Volk habe eine solche Blutschuld auf sich geladen, dass es auf Barmherzigkeit und Verzeihung nicht rechnen könne. Auf ihrem Feldzug gen Osten treffen Deutsche auf willkommene Helfer. Im Baltikum, in der Ukraine und Weißrussland scheinen viele nur auf eine Gelegenheit gewartet zu haben, um gegen die Juden loszuschlagen. Oft kommt es noch vor der Ankunft deutscher Truppen zu zügelloser Gewalt. Viele der Täter lassen sich bereitwillig von der SS rekrutieren, als einheimische Hilfstruppe für den Holocaust. Für deutschen Sold. Beispielsweise in den baltischen Staaten wurde vor dem Einmarsch der Wehrmacht und erst recht nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurden Pogrome veranstaltet, Judenverfolgung, an dem ein Großteil der Bevölkerung teilnahm und wo zigtausend Juden ermordet wurden. Das fand so in Deutschland nicht statt. Die rohe archaische Gewalt sorgt in der Heimat der Haupttäter für Probleme. Himmlers SS will schonend töten. Schonend für die Täter. Der Holocaust soll künftig systematisch vollzogen werden, gründlich und möglichst geheim. Die großen Ghettos im Osten wie in Warschau oder Lodz werden hermetisch abgeriegelt. Vororte der Hölle. Von hier aus soll es, so verkünden die Deutschen, weitergehen zu sogenannten Arbeitseinsätzen. Tatsächlich führen die Transporte in Todesfabriken, Vernichtungslager. Was dort genau geschieht, ist eigentlich geheime Reichssache. Die technischen Details haben die wenigsten interessiert. Ich wage zu bezweifeln, ob Hitler haargenau sich dafür interessiert hatte. Viele wissen genug, um nicht noch mehr wissen zu wollen. Ministerien, Parteistellen, Wehrmacht und auch die Eisenbahn sind Teil des Mordprogramms. Das Wissen um den Holocaust ist nicht beschränkt auf Hitler und eine kleine Zahl voll Strecker. Tausende Entscheidungsträger sind eingeweiht, zumindest in die Grundzüge der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Es ist vollkommen klar, dass in den Zentralbehörden in Berlin über diese Dinge geredet wurde, dass es da nicht nur Gerüchte gab, sondern auch substanzielle Informationen. Alleine in den Zentralbehörden haben sie mehrere tausend Menschen, die privilegierten Zugang zu solchen Informationen hatten. Und die einfache Bevölkerung? Seit Ende 1941 werden deutsche Juden in Richtung Osten deportiert. Offiziell heißt es auch hier zum Arbeitseinsatz. Dass die jüdischen Nachbarn plötzlich abgeholt werden, kann jeder sehen. Aber sie dürfen Gepäck mitnehmen und aus dem Osten kommt Post von einigen der Deportierten. Viele Juden glauben an die zynische Mehr vom Arbeitseinsatz. Andere erkennen, was wirklich geschieht. In Dresden schreibt der Schriftsteller Viktor Klemperer in sein Tagebuch Als furchtbarstes KZ hörte ich in diesen Tagen Auschwitz. Oder so ähnlich. Bei Königshütte in Oberschlesien. Tod nach wenigen Tagen. Gegen die Deportationen regt sich kaum Widerstand. Alles scheint ja geordnet abzulaufen. Nach Recht und Gesetz. Deutsche Polizisten sind beteiligt. Auch Zöllner, Verwaltungsbeamte und Gerichtsvollzieher. Die jüdischen Wohnungen und der Besitz werden versteigert. Unter reger Beteiligung der Volksgenossen. Die meisten deutschen Käufer rechnen offenbar nicht damit, dass die Vorbesitzer irgendwann zurückkommen. 1942 verbreiteten sich zunehmend Gerüchte über das Schicksal der Juden im gesamten Reichsgebiet. Und das Regime hat auch nichts dagegen unternommen, dass diese Gerüchte weiter verbreitet wurden. Es gibt ein Rundschreiben Bormanns an die Parteigenossen, in dem die Gerüchte aufgegriffen werden und ausdrücklich nicht dementiert werden. Damit war klar, dass diese Gerüchte im Grunde genommen die Wahrheit widerspiegelten. Dennoch sind die Täter um Tarnung bemüht. In Theresienstadt bei Prag entsteht eine Art Vorzeige-KZ für die Kameras der Propaganda. In den Schrebergärten der Familien gibt es ständig zu jäten und zu gießen, wächst jedoch ein willkommener Zuschuss für den Küchenzettel. In Auschwitz wird nicht gefilmt. Der Feierabend ist für die richtige Zeit des privaten Lebens. Vor- und in den Wohnungen wird noch geplaudert, gelesen oder gespielt. Täuschung bis in den Tod. Auch in der Amtssprache der SS. Evakuierung. Arbeitseinsatz. Umsiedlung. Sonderbehandlung. Entlösung. Der Jahrhundertmord hat viele Namen. Durchschauen das die Deutschen? Verschließen sie Augen und Ohren? Oder wollen sie sich täuschen lassen? Schicksalsfrage an eine ganze Generation. Mit widersprüchlichen Antworten. Je nach Einstellung, Region, Familie und Alter der Befragten. Wer so alt ist wie ich, oder noch drei, vier Jahre jünger, erst recht wer älter ist, und sagt, das habe ich nicht gewusst, der lügt. Der lügt, der lügt, denn das wusste jeder. Das konnte jeder wissen, weil die Soldaten ja, die auf Urlaub kamen, erzählten. Wir wussten, dass es Lager gibt. Das wussten wir schon lange. Es gibt Lager, auch in Deutschland. Es gibt Lager auch in Deutschland. Aber das waren die Lager, die hier unmittelbar in Hannover in der Nähe waren. Ja, die werden also alle, denen soll nichts passieren, wurde dann gesagt. Die werden in Lager zusammengefasst. Und dort sind dann eben alle Juden zusammen. Und da habe ich überhaupt nicht gewusst. Da habe ich das erste Mal gehört, dass das überhaupt Juden waren. Die kannten alle ein Lager Auschwitz. Ich höre das Wort zum ersten Mal aus. Das war ein Begriff, den noch kein Mensch kannte. Ich wusste auch nicht, was ein KZ war. Ich hatte vorher, man wusste KZ, was ist ein KZ? Das hat doch keiner davon gewusst. Später hieß es dann, die sind zum Osten gekommen. Dann fiel mal das Wort Auschwitz. Und ich weiß nur, dass irgendwer gesagt hat, oh Gott, nach Auschwitz, von da kommt keiner zurück. Die Alliierten wissen Bescheid über den Judenmord. Sie versuchen, die deutsche Bevölkerung zu informieren. Mit Zehntausenden von Flugblättern. Glauben die deutschen Leser den verstörenden Inhalt? Halten sie die Anklagen für Gräuel-Propaganda? Passen die Botschaften aus der Luft nicht haargenau zu den furchtbaren Gerüchten, die aus dem Osten kommen? Aus dem Exil bemüht sich auch der Nobelpreisträger Thomas Mann um die Aufklärung seiner Landsleute im deutschsprachigen Rundfunk der BBC. Das Programm kann überall in Deutschland empfangen werden. 300.000 Serben sind nicht etwa im Kriege, sondern nach dem Kriege mit diesem Land von euch Deutschen auf den Befehl der verruchten Lumpen, die euch regieren, umgebracht worden. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr, wollt es aber lieber nicht wissen. Es gibt eine alliierte Propaganda-Kampagne, während ja die Alliierten sehr deutlich immer wieder auf allen Kanälen über die systematische Ermordung der Juden durch das NS-Regime gesprochen haben. Die Goebbels-Propaganda hatte dem nichts entgegenzusetzen. Sie hat es nicht unternommen, diese Meldung zu dementieren. Goebbels hat sogar deutlich in seiner internen Konferenz gesagt, was sollen wir denn tun? Sollen wir vielleicht die Zahl dementieren? Wir können doch nicht die Tatsache als solche. Wir haben ja nichts entgegenzusetzen. Und entsprechend hat sich auch die Propaganda in Deutschland verhalten. Davon haben wir nichts gewusst? Also in der deutschen Propaganda alleine waren so viele Informationen über den Mord an den Juden vorhanden, dass derjenige, der wollte, sich aus diesen Informationen ein nahezu vollständiges Bild zusammensetzen konnte. Aber die meisten Menschen haben eben genau das nicht getan. Sie haben nicht versucht, diese Informationen sich zu einem Bild zusammenzusetzen. Andere tun das und handeln konsequent. Hans und Sophie Scholl klagen die Verbrechen auf Flugblättern an und bezahlen dafür mit ihrem Leben. Sie werden sich nur erinnern an die Reichstagssitzung, in der ich erklärte, wenn das Judendom sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judendoms in Europa sein. Sie haben mich immer als Prophet ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Die jetzt noch lachen, werden in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr lachen. Die Häme der Täter Anonyme Umfragen nach 1945 ergeben ein überraschendes Bild. Rund ein Drittel der Befragten geben an, sie hätten während des Krieges vom Judenmord gewusst. Unsere aktuelle Umfrage geht noch weiter. Fast drei Viertel der Befragten glauben, die meisten Deutschen hätten im Krieg zumindest geahnt, was den Juden angetan wird. Eine Einschätzung, die sich mit den Forschungsergebnissen deckt. Ein beträchtlicher Teil der deutschen Bevölkerung weiß vom Holocaust, während er begangen wird. Aber heißt Wissen auch billigen? Findet der in ihrem Namen begangenen Mord und die Unterstützung der Deutschen? Hätte man überhaupt noch einschreiten können gegen das Verbrechen? Ein Einzelner für sich hätte gar nichts tun können. Aber Millionen Einzelne hätten den Judenmord stoppen können. Januar 1943, Stalingrad. Die entscheidende Wende, auch im Inneren des Nazireichs. Alles wird noch unerbittlicher, noch radikaler. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt nicht gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen wir Engländer, sondern die Kapitulation. Wir reden ja hier über Maßnahmen unter einer Diktatur während eines Krieges. Und es ist sehr schwer vorzustellen, dass es etwas wie Massenproteste gegeben hätte, etwa gegen Deportationen. Natürlich, wenn man sich vorstellt, dass es Massenproteste am Beginn des NS-Regimes gegeben hätte, also etwa 1933 gegen den antijüdischen Boykott. Das ist etwas, was durchaus realistisch erscheint. Und solche Proteste, wenn die Bevölkerung gezeigt hätte, gleich zu Beginn des Regimes, dass sie so etwas nicht mittragen würde, das hätte sicher eine hohe Wirkung gehabt. Nachdem die Diktatur installiert worden war, ist es auch schwer vorstellbar, wie solche Proteste hätten organisiert werden sollen. Außerdem fehlte auch der Wille. Als es noch möglich ist, das Unrecht zu stoppen, ist die Mehrheit blind. Im Rausch der sogenannten Volksgemeinschaft. Und eigene Meinung kann gefährlich sein. Wer die Maßnahmen gegen Juden kritisiert oder nur über die Gaskammern im Osten spricht, kann verurteilt werden. Nach dem sogenannten Heimtücke-Gesetz. Die Strafen sind meist mehrere Jahre Zucht aus. In Würzburg wird eine Frau nur deshalb schuldig gesprochen, weil sie beim Anblick einer Deportation in Tränen ausbricht. Doch solche Anzeichen von Mitgefühl sind Ausnahmen. Häufiger ist Erschrecken. Mutti erzählte neulich, die Juden seien in den Lagern zum größten Teil umgebracht worden. Aber ich kann es nicht glauben. dass sie aus Deutschland raus sind, ist gut. Aber sie gleich zu ermorden? Hilfsbereitschaft und Mut sind selten, aber es gibt sie. Mehrere tausend deutsche Juden überleben, weil sie von mutigen Mitbürgern versteckt werden. Einer von ihnen ist Michael Degen, nach dem Krieg ein erfolgreicher Schauspieler. In Berlin-Lichtenberg wird der junge Hans Rosenthal von Helfern gerettet, auch er später ein Fernsehstar der Bundesrepublik. Viele der stillen Helden, die damals Leben retten, sind heute vergessen. Einer aber steht für sie alle. Der Unternehmer Oskar Schindler, der im Hollywood ein Denkmal setzte. Ein Volk von Tätern? Es gab in der deutschen Bevölkerung Antisemitismus, einen starken Antisemitismus, einen Hass-Antisemitismus, einen Neid-Antisemitismus, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Deutschen die Juden ermorden wollte. Anfang 1943. Das NS-Regime ändert seinen Kurs. Der Juden-Mord soll Druckmittel werden fürs Durchhalten. Alle Deutschen als Komplizen? Man muss nur ein einziges Mal den Juden in seinem alttestamentarischen Hass kennen. Dann weiß man, was uns blüht. Wenn der Jude an uns Rache nehmen könnte, was glaubt ihr, was mit euren Frauen, euren Töchtern, euren Bräuten und so weiter geschehen würde? Was glaubt ihr, wie dieser teuflische Hass, dieser bestialische sich im deutschen Volke austoben würde? Man hat so versucht, die Deutschen mit in die Verantwortung zu nehmen, mit ins Boot zu holen, mit gefangen, mit gehangen. Die Juden werden offenbar umgebracht und ihr seid als deutsches Volk dafür mitverantwortlich. Eine junge Kölnerin, gezeichnet von den Schrecken einer Bombennacht. Suche nach Angehörigen auf einer Liste, die nur Tote zählt. Die Sorge um die eigenen Familien beschäftigt die Deutschen mehr als der Judenmord. Die Propaganda will beide Schrecken verknüpfen und erklärt die Bomben zu einem Vorgeschmack der, Zitat, jüdischen Rache, die bei einer deutschen Niederlage zu erwarten sei. Das zeigt Wirkung, aber anders als erwünscht. Hätte man die Juden im Lande gelassen, würde heute wohl keine Bombe auf Frankfurt fallen. siegen oder untergehen. Die Parole der letzten Kriegsmonate findet keine Mehrheit in der Bevölkerung. Viele beginnen an eine Zeit nach den Nazis zu denken. Der Mord an sechs Millionen Juden wird zu einer Hypothek für die Zukunft. Je länger der Krieg dauert, desto mehr erkennen die Deutschen natürlich, dass der Krieg möglicherweise auch verloren gehen kann. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass man sich als Individuum auch auf eine Niederlage vorbereitet. Und das führt dann dazu, dass man selber nicht schuld sein will und sich selber aus der Verantwortung herauszieht und dann ein Interpretationsschema schafft, das ganz scharf nach Gut und Böse unterscheidet. Böse ist die NS-Führung, Böse ist Hitler, Böse ist Goebbels und die NS-Entourage, die haben auch die Verbrechen begangen. Und wir, wir konnten nichts dafür, wir haben auch nichts davon gewusst. Wir sind eigentlich eher Opfer dieses Regimes, wir sind Opfer des Krieges, aber wir sind auf keinen Fall dafür verantwortlich, was dieses Regime angerichtet hat. Der Beginn von Verdrängung und Selbstbetrug. Als der Krieg auf deutschen Boden zurückkehrt, wächst die Angst vor dem Strafgericht der Sieger. Viele fürchten, dass der Holocaust allen Deutschen zur Last gelegt wird. Zurecht? Die Hauptverantwortlichen schüren weiter Fanatismus. Der sogenannte Volksturm soll die Niederlage noch abwenden. Alte Männer und Kinder. Für Heinrich Himmler, den Chef der Mörder, ein letzter Versuch, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Vergeblich. Andere haben längst ihre Erklärungen für die Nachkriegszeit zurechtgelegt. In den letzten Monaten des Wahns entsteht eine kollektive Legende, eine Lebenslüge, die eine ganze Generation durch die Nachkriegszeit tragen wird. Es scheint so zu sein, dass dieser Satz, davon haben wir nichts gewusst, den wir ja so gut kennen, dass dieser Satz bereits aus der zweiten Kriegshälfte stammt. Er zeigt, dass die Menschen sich bereits ab 1943 versuchen, von dem Geschehen, von dem Mord an den Juden zu distanzieren, dass sie eine ostentative Ahnungslosigkeit zur Schau stellen und das ist die kollektive Haltung, mit der sie sich dann in die Nachkriegszeit gerettet haben. Das große Strafgericht über die Deutschen bleibt aus. Aber die Sieger sorgen dafür, dass jetzt alle die bittere Wahrheit aus den Todeslagern erfahren. Für viele, die bislang nichts oder nur wenig wussten, bricht eine Welt zusammen. schmerzhafte Erinnerung. Also man hat natürlich nicht gewusst, was mit den Juden dort geschieht. Das ist ihnen nicht gut, war klar. Aber dass sie nun vergast wurden, das hat die Bevölkerung meines Erachtens ganz spät erfahren. Ja, die sind ja alle nicht wiedergekommen. Die wurden abgeschoben. Damals wurde gesagt, nach Polen irgendwo anders angesiedelt zu werden. Aber Polen war Auschwitz. Also ich als Junge habe mir darüber wenig Gedanken gemacht. Und bei den Eltern ist das nicht besprochen worden. Ich weiß, das erste Mal, das war 1945, wir fuhren noch zur Schule, da habe ich das erste Mal Leute aus dem KZ gesehen, die neben den Gleisen arbeiteten. Wir wussten nicht, was das für Leute waren. Und uns hat immer gesagt, das sind Verbrecher. Im Juli 1943 ein Soldat bei uns im Haus, der in Urlaub war, aus Russland, während des Fliegeralarms im Luftschutzgeller sagte, gnad uns Gott, wenn sich das Ding mal wendet, und die machen mit uns, was wir da drüben machen. Ich habe mich anfangs nie als Deutscher kennengegeben, weil ich, ich habe mich zu Tode geschämt für das, was da geschehen ist. US-Truppen verordnen den Einwohnern von Weimar eine Besichtigung des KZs Buchenwald. Die Frage nach der Schuld. Wir haben sie den Deutschen von heute gestellt. 8% unserer Befragten messen der Bevölkerung von damals sehr viel Schuld zu. 28% sagen viel. Nicht so viel erkennen 40. Und keine Schuld 12% der Befragten. Nur noch 12% der Deutschen glauben also, ihre Vorfahren seien völlig unschuldig gewesen an der Schoah, an dem Mord an 6 Millionen Juden. Die Verleugner und die Unbelehrbaren, sie werden weniger. Wir Nachkriegskinder sind für das Verbrechen nicht verantwortlich zu machen. Aber wir sind umso mehr verantwortlich für das Erinnern, gegen das Vergessen und Verdrängen. Und vor allem dafür, dass sich die Geschichte nie mehr wiederholt. Bis bald und bleiben Sie uns treu.